kommen wir zu einem sanfteren thema das mcu glaubt wieder mal das letzte video von nerdfactory ich weiß das letzte video auf das ich reaktet habe ich weiß war das auch mcu oder war das star wars keine ahnung kommt dann noch was unaufgeklärte mcu plotlines teil 1 ich bin gespannt welche er da aufzählt und ob ich vielleicht was dazu sagen kann oder nicht in den letzten jahren haben wir sehr viele neue mcu projekte bekommen und einige davon hatten auch die meisten sogar und diese pause könnte ziehen und ich finde ich bin ich finde schade dass das das video wurde es ein bisschen früher aufgenommen worden weil er mittlerweile hier im fack auf die schild hängen hat also in neuer neueren aufgenommenen videos eine sehr gute message liegt neue story stränge mit den figuren oder anderen figuren an und die meisten davon führten bisher nirgendwo hin und viele leute von euch fragen sich jetzt kommt da überhaupt noch was und genau darüber wollen wir heute einmal reden über fünf verschiedene story stränge der letzten jahre die bisher nirgendwo hin führten und wo teilweise auch fraglich ist ob überhaupt noch was kommt mein name ist luke das hier ist nerdfactory wenn ihr videos zum marvel cinematic universe oder auch star wars mögt dann abonniert doch jetzt diesen kanal like das video und schreibt doch unten in die kommentare oh man das kann ja noch was werden mit marvel danke an der stelle auch an alle kanalmitglieder und meine patrons wenn ihr den kanal noch supporten wollt dann klickt jetzt unten auf mitglied werden oder geht auf patreon.com.nerdfactory und supportet diesen channel und jetzt gehen wir rein in diese verschiedenen plotlines die noch nirgendwo hin führen ganz kurzer disclaimer es geht jetzt hier nicht nach chronologie oder sowas sondern einfach nur ein paar dinge die mir eingefallen sind die einfach noch nicht wirklich irgendwo hin führen und zu allererst will ich da anfangen mit der post credit scene von shang chi und den ten rings die ein mysteriöses signal irgendwo hin senden ja ich erinnere mich dran mysteriöses signal die waren kamatage glaube ich ich erinnere mich dran und der nächste film oder einer der nächsten filme war dann ja doctor strange in the multiverse of madness und obwohl die halt auch im kamatage halt aktiv waren kommen die beiden nicht vor lange lange dachten und ja die war einer der besten charaktere überhaupt wie es ist ein signal dass irgendwas mit ken zu tun hat was natürlich sinne geben würde denn in der infinity sage hat so ziemlich fast jede post credit scene irgendwie mit thanos zu tun gehabt oder den irgendwie was auf dem weg zu den infinity stones und hier haben wir eigentlich auch alle dinge die irgendwie in diese richtung gehen können ja wir haben die sorcerer die irgendwas mystisches im multiversum im universum im raumzeit kontinu und gespürt haben ja sie haben gespürt dass shang chi zum allerersten mal die ringe eingesetzt hat sie setzen sich alle zusammen treffen sogar andere avengers wie eben captain marvel und auch bruce banner die sich gedanken und vor allem sorgen machen darüber dass die ringe ein artefakt sind was sie gar nicht einordnen können sie wissen nicht aus welcher zeit oder technologie oder kultur generell gab die theorie dass die den ringe tatsächlich auf der technologie von ken basieren weil die technologie in the world quantum mania von ken auch sehr viel mit ringen zu tun hatte zumindest halt die die fliegende stadt die er hatte und das irgendwo habe ich auch mal gelesen dass die symbole gleich sich sehr sehr stark ähneln sollen also auf den ringen und auf den ringen der diese stammen als sie sie genauer analysieren stellen sie fest dass es ein signal aussendet doch ein signal wohin viele leute vermuteten ein signal in den quantum ram denn wir sehen ja dass auch cassie lang ein beacon erstellt was ein signal in den quantum ram sendet doch diese story führte ganz woanders hin und hatte überhaupt nichts mit den ten rings zu tun nein die ten rings waren kein bestandteil von kanks zeitmaschine was irgendwie zerstört wurde und in verschiedenen zeitsträngen gelandet ist wie die theorien damals besagten und die ten rings hatten auch sonst nicht wirklich was damit zu tun dann sehen wir natürlich zehn ringe ebenfalls in die internals die hier extra von fast aus gemacht wurden um ihre kräfte zu verstärken stimmt die theorie gab es auch noch dass das irgendwie zusammenhängt einziges problem diese sehen nicht nur anders aus sie haben andere insignien und andere kräfte nein diese zehn ringe haben auch keine weitere bedeutung außer dass die internals sich miteinander verknüpfen können sie augenscheinlich zumindest geben jetzt nicht einem random terroristen aus dem alten china super kraft also auch diese theorie hat zumindest bisher jetzt nicht wirklich halt was ist das was ist mit dem ring wieso ist das so wichtig dass nicht nur der sorcerer supreme diese leute hier gerade aus einer bar entführen muss um sich das anzuschauen sondern auch den rest der avengers die aktuell scheinbar noch aktiv sind zwei leute irgendwie zu kontaktieren warum ist das so wichtig um diesen video call zu starten und so eine bedrohliche stimmung aufzubauen aber jetzt haben wir schon seit drei vier jahren nichts mehr davon gehört und damit man nicht stimmst du kann mir glaube ich 20 21 raus oder also wenn ich wenn ich daran denke so in der infinity saga also halt die ganzen filme bis far from home wir haben halt irgendwo wurden wurde eine neue plotline aufgebaut und in irgendeinem späteren film spätestens zwei jahre später wurde das wieder aufgegriffen auf die ein oder andere weise so und wenn es bei tor 2 in der post credit scene war dass der kollektor eingeführt wurde der dann in guardians of the galaxy eine rolle gespielt hat oder keine ahnung doch das strange wurde wurde eingeführt und er hat eine wichtige rolle halt in infinity war und endgame gespielt in infinity war und endgame war es halt so einmal kurz zu dann einen finger gezeigt ich würde ich gar nichts kein nebensatz keine post credit ziehen kein irgendwelche zusammenhänge schaffendes ding in irgendeinem film bezieht sich irgendwie auf die ten rings oder die storyline hinter diesem signal wahrscheinlich erfahren wir das auch erst in shang chi 2 und nicht früher potenziell auch noch in doctor strange 2 je nachdem was davon früher kommt 3 aber ja bisher fühlt diese storyline nirgendwo hin und interessant ist auch dass niemand der an diesem geheimtreffen hier mit teilgenommen hat sich noch dafür interessiert weil die kommen danach ja noch in diversen anderen sachen vor sowohl wong als auch banner als auch captain marvel haben hier irgendwo noch einmal was damit zu tun gehabt aber ja stimmt und wenn man kann man sie halt vor captain marvel hat ihren ihren zweiten film bekommen wong kam hatte auch im auftritt doch das strange 2 aber naja es ist eine recht zielstrebige plotline haben wir auf patreon.com slash nerdfactory wo ich regelmäßig euch behind the scenes material umfragen auch live streams und special liefern werde wenn ihr dort supporter seid eine ganze menge von leuten support mich schon dort und auch hier als kanalmitglied und sind auch dafür verantwortlich dass dieser kanal so funktionieren kann wie er das tut deshalb ein ganz ganz dickes dankeschön einmal wer ist denn dieser dufte typ da sieht man sieht man im stream von mir an alle leute die den kanal supporten und ihr könnt natürlich jetzt auch in den kommentaren einmal schreiben danke für den support leute und natürlich könnt ihr auch wenn ihr lust habt selber patron werden oder kanalmitglied das gibt euch einige perks wie zum beispiel ihr kriegt den podcast früher ihr kriegt specials früher einen monat vor allen anderen seht ihr die und 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 also es lohnt sich sehr ein special wurde ja bereits auf youtube hochgeladen da hat er seine freundin und ein freund von den beiden star trek cocktails getrunken und es das video war witzig da einfach mal zu supporten und ein bisschen material extra zu bekommen und natürlich lohnt es sich für mich auch weil ich dadurch diesen kanal hier weiter am laufen halten lassen kann dankeschön für euren support als nächstes kommt die gern geschehen storyline die meiner meinung nach immer noch eine der wichtigsten elemente des mcu der letzten jahre hätte sein sollen aber nie wirklich weiter angesprochen wurde nach den ereignissen von falcon and the winter soldier und die rede ist hierbei von den displaced people von den leuten die weggeblippt wurden und wieder zurück kamen die refugees die umgelagert werden sollten auf der erde ein riesiges element der storyline des mcu der blipp an sich und die folgen dessen wurde einfach vergessen also das kam nach falcon and the winter soldier nicht mehr weiter vor obwohl das eigentlich halt extreme probleme war äh hervorgebracht hatte ich mein ähm allein die 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 terrororganisation organisation flex smasher war halt so wahrscheinlich nur die spitze des eisberges und halt die ganze politik dahinter so ist halt alles mittlerweile vergessen ja mein grob grob gesehen äh kann man halt sagen so okay es ist wahrscheinlich wie in den comics da werden halt auch viele plotlines aufgebaut die dann na ahnung vielleicht erst zehn jahre später wieder aufgegriffen werden also je nachdem worauf die autoren gerade bock haben aber ein problem ist halt auch dass nach der infinity saga kevin feige nicht mehr so stark involviert war tatsächlich ähm in in den ganzen im ganzen kreativen schaffungsprozess so und das soll sich jetzt so und das soll sich jetzt mit Deadpool 3 das glaube ich dieses Jahr noch erscheinen soll ähm soll sich das wieder ändern und das heißt die die connections zwischen den einzelnen Projekten soll wieder stärker also da soll der Fokus wieder stärker aufgebaut werden ich mein Phase 4 war jetzt so mit Filmen wie Shang-Chi Eternals und so weiter Deadpool 3 dieses Jahr höchstwahrscheinlich ja ich kann ja nochmal äh gleich nachgucken ähm was hatten wir Eternals, Shang-Chi hatten wir ähm wir hatten Moon Knight als Serie und so weiter es wurden alles neue Charaktere eingeführt das war so ein bisschen wie die erste Phase du hattest Iron Man äh den Film du hattest Thor Captain America Hulk ähm da wurden halt auch die Charaktere eingeführt klar es wurden schon ähm die einzelnen roten Fäden ne der Tesseract kam das erste Mal vor und so Loki wurde vorgestellt als erster als Hauptbösewicht der dann in Avengers dann ähm dann reinkam ähm aber grundsätzlich wurden halt die ganzen wurden halt die Charaktere halt eingeführt und so habe ich halt die vierte Phase auch noch gesehen das heißt ich konnte da so ein bisschen nach noch irgendwie verkraften äh dass es da halt nicht die großen ne Connections war aber mittlerweile in Phase 5 vermisse ich das tatsächlich also okay The Marvels gab es jetzt da gab es jetzt Monica Rambeau Miss Marvel und äh Captain Marvel ähm aber so großartig noch an 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 Strängen die zusammengeführt haben gut Antony Boss Quantumania hat Kang eingeführt obwohl es eigentlich den Charakter schon in Loki gab aber andere Sache wirklich das einzige wichtige was der Blip noch hervorgebracht hat was auch bis heute noch irgendwie Nachwirkungen hat ist die Tatsache dass äh Kingpin scheinbar irgendwie stärker geworden ist wieder und deswegen Ronin anheuern konnte weil er das Geld dafür hatte aber ansonsten haben wir jetzt keine weitere Connection mehr zum Blip gehabt obwohl das mhm ja keine direkte zumindest es gab immer mal wieder Hinweise äh darauf was in der Zeit passiert ist ähm zum Beispiel in der Hawkeye Serie weil man hat ja in Endgame gesehen er war der Ronin er ist rumgelaufen hat da die die Verbrecherorganisation ähm kalt gemacht die überlebt haben äh und quasi so die Nachwirkung von diesen Taten aber das ist halt der Ronin hätte auch aktiv sein können ohne dass äh dass äh dass der Blip stattfand dass so ein äh universal veränderndes Element eigentlich hätte sein müssen zugegeben für die Menschen im MCU ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht das allerbesonderste äh äh mal 5 Jahre zu sterben und wieder zurück zu kommen nach dem was sie alles schon erlebt haben aber der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist dass es eingeführt wurde als etwas was wichtig ist und was noch weiter ein Problem bleibt Falcon and the Winter Soldier hat diese Problematik nicht gelöst nur weil Falcon sich hingestellt oder Captain America zu dem Zeitpunkt sich hingestellt hat und eben den Leuten ooooh ihr seid aber jetzt müsst ihr euch aber mal zusammenreißen gesagt hat heißt das ja nicht dass sich irgendwas geändert hat vor allem vor allem vor allem weil sowohl in diesem Universum als auch bei uns in der echten Welt es viele Leute gibt die ein Problem damit haben dass ein schwarzer Captain America ist obwohl das selbst in den Comics kein ähm keine neue Idee ist oder allzu neue Idee ganz im Gegenteil es ist auch aus unserer Welt eher bekannt dass die Leute einfach weitermachen und denen das scheißegal ist die einzig weitere Referenz auf die GRC und die Pläne der GRC der Relocation von den Leuten äh sehen wir auf einem Bus im Hintergrund in Moon Knight und das war's und ob in Captain America 4 das nochmal zur Sprache kommt ist auch eine sehr große Frage denn äh ich wüsste gar nicht wie das in diesem Plot noch reinpassen müsste in dem es primär wahrscheinlich um Super-Solder-Serien gehen wird die ganze Problematik und äh dieser Terroranschlag und dieses Untergrundnetz was irgendwie sich für diese Flüchtlinge einsetzen soll das sind alles Dinge die wir danach nicht nochmal gesehen haben ja dann schon mal halt auch ähm 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 Sam Wilson Captain America gesagt hat so ja ähm die nächste Kali die äh kommen wird die wird noch schlimmer sein so das ist schon so ein Hintergrund okay irgendwas ist da vielleicht noch im Hintergrund und auf einmal nicht mehr hm wir müssen da uns nochmal in Erinnerung rufen wann die verschiedenen Dinge spielen ja also Falcon and Winter Soldier spielt sechs Monate nach dem Blip ja sechs Monate nach Endgame Skirhike spielt Jahre danach Skirhike spielt sechs Monate nach dem Blip also ungefähr zu der jetzigen Zeit tatsächlich 2025 und das andere ist 2023 also es sind sehr sehr viel sehr sehr viel Zeit vergangen ohne dass irgendwas augenscheinlich passiert ist in diese Richtung Dinge die schon hätten passieren müssen und jetzt ist natürlich die Frage wann spielt jetzt Captain America 4 spielt das 2027 sehr wahrscheinlich 26 27 oder gehen wir wieder zurück in der Zeit und spielen dann kurz nach den Ereignissen von äh Falcon and Winter Soldier bisher keine Ahnung sieht so aus als ob dieser Plot nirgendwo hinführt ein deutlich jüngerer Plotpunkt ist die äh Storyline die wir am Ende von Secret Invasion sehen denn ja die Skrull haben nicht nur die Erde infiltriert und äh hier und da einzelne Gruppen versucht die Erde sogar zu übernehmen und von Menschen zu clear nein der Präsident der Vereinigten Staaten hat aus irgendeinem Grund der nicht wirklich erklärbar ist nach den Ereignissen die wir in der Staffel und vor allem in den letzten Folgen sehen äh allen Aliens auf der Erde den Krieg erklärt der Präsident der vor allem allen Aliens und das ist halt der Punkt nicht nur den Skrulls ähm die halt einen Anschlag auf ihn äh verübt haben obwohl auch ein Skrull sein Leben gerettet hat äh wieso dann generell aber gut vielleicht ist das so ein vielleicht ist das so ein Trump-Präsident ähm ähm ich überlege gerade gibt es noch andere Aliens die mir gerade so bewusst bekannt sind also ich weiß dass mit mit Saber noch einige andere äh Alien-Rassen zusammenarbeiten ähm aber ja cool also selbst Leute die halt einfach nur irgendwo ihre Stadt haben und keine Ahnung von Tourismus leben ja scheiß drauf so hey ja gut ist America USA aber natürlich für Amerikaner ist das der Präsident der Welt immer schon gewesen das bedeutet das betrifft nicht nur die Skrulls sondern eben auch die Leute von Asgard die auf der Erde hier Zuflucht gefunden haben alle Kree die irgendwo noch versteckt rumlungern und äh stimmt es gibt auch Kree die aussehen äh wie Menschen stimmt einfach die Tatsache dass auch halb Saber aus Aliens besteht die hier arbeiten und wahrscheinlich einen Mindestlohn bekommen es ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt der für sehr viele Leute relativ äh wichtig werden könnte aber wie wir schon im nächsten Film danach gesehen haben nicht nochmal erwähnt wird denn genau das ist der Punkt die Saber Station ist komplett davon gefüllt von Aliens aber äh hier wird niemand erschossen der gerade in New York landet und äh es ist auch vollkommen normal dass auch einfach mal wieder hier Aliens rumfliegen und rum äh düsen und das äh auch im Raumschiff einfach mal abstürzen kann oder eben diese Shuttles von der Saber Station und so weiter und so fort wir seh ja ja das sind so also es wäre irgendwo dann Lazy Writing zu sagen hey wir befinden uns in einer Multiverse Saga einzelne Projekte die stattfinden spielen in unterschiedlichen Universen das heißt das was in Secret Invasion passiert ist ist nicht das gleiche Universum äh wie das was in The Marvels passiert ist sehen in den Dingen die danach passiert sind und auch in Echo das potenziell 2026 Schweiger Hawkeye Spiel 2025 zu 26 sehen wir auch keine wirklichen Ereignisse die irgendwas mit diesem ähm Problem zu tun haben dass hier Leute einfach Amok laufen und Leute abknallen die Skrull sind einfach auf magische Weise alle nicht mehr auf der Erde und haben irgendwo eine andere Kolonie und nen König und das scheint irgendwas mit Captain Marvel zu tun zu haben ja wobei das können halt auch unterschiedliche Siedlungen oder Kolonien sein also es kann halt sowohl auf der Erde was geben und irgendwo auf einem anderen Planeten das finde ich jetzt nicht so ganz logisch also die war zwischendurch da und hat die mitgenommen keine Ahnung es ist auf jeden Fall nicht wirklich erklärt und ich habe auch so das Gefühl dass wir nicht mehr allzu viel sehen werden von den Ereignissen die in Secret Invasion passiert sind in Zukunft Apropos Dinge die wir lange nicht gesehen haben was ist mit Vision passiert? mickrige drei Wochen nach dem Blip sehen wir wie Vision von den Sword Agents hier umgebaut wurde zu einer Waffe mit einem weißen Körper er wurde quasi komplett auseinander genommen und neu zusammengesetzt und dann zu einer Waffe umgebaut diese Waffe erlangt allerdings durch die durch ein Fragment des Mindstones erstellten virtuellen Vision dann die Erinnerung wieder zurück die er als Vision einst hatte extrem verwirrt düst er einfach in die Stratosphäre und verschwindet und das war's wir wissen nicht wohin wir wissen nicht warum er sagt ja auch nichts also ich kann mir vorstellen dass er halt irgendwie über sein Leben jetzt nachdenken will aber das kann halt auch nicht die Erklärung dafür sein so ne ne hm und haut ab und damit ist das Ding erledigt und wir haben Jahre und Jahre später auch Wanda plötzlich Vision war das größte Ding das war der ganze Grund warum sie das Hex erstellt hat plötzlich interessiert sich Wanda auch überhaupt nicht mehr dafür das auch ein Punkt jetzt nicht nur für also ja klar äh vielleicht sind die Muttergefühle zu ihren Kindern stärker als zu ihrem Mann aber es ist trotzdem so warum versucht sie nicht auch ihren Mann wieder zurück zu kriegen wobei ich überlege gerade das Universum ähm in das Wanda eigentlich eindringen wollte das ist ja das ähm MCU 838 ähm das ist ja das mit den äh mit den Illuminaten also wo halt auch ähm ähm also die Fantastic Four da sind die X-Men und so weiter ähm da kann ich auf jeden Fall verstehen dass es kein Vision dort gibt weil Vision entstand ja äh aus ähm aus der Idee von Ultron einen perfekten Körper zu haben mit dem man die Menschheit vernichten kann ähm und in dem Universum hat ja äh äh das Ultron Projekt funktioniert dieser Typ irgendwo da oben doch ist ne ne da geht es jetzt erstmal nur um ihre Kinder im Multiversum Vision spielt plötzlich keine Rolle zugegeben wir bekommen ja potenziell eine Serie namens Vision Quest und die Serie ähm über Wonder Man der ja in den Comics sehr stark mit Vision zu tun hat wird ähm ja gut möglich dass das dort wieder aufgerissen wird bei Vision Quest kann ich nicht einschätzen worum es gehen wird äh Wonder Man ist ja in den Comics also ich weiß ein Teil von Wondermans Gehirn wird äh entnommen und in Vision eingepflanzt damit Vision ähm ähm äh menschlicher wird irgendwie sowas war das so und äh woraufhin dann halt auch Vision und und Wanda zusammenkommen aber dann ist es halt auch irgendwie kommt dann das Gehirnteil wieder zurück in Wondermann und Wondermann verliebt sich dadurch in Wanda und äh äh kann man dann vielleicht von Wondermann sprechen also nicht Wondermann sondern Wondermann egal vergessen wir es jetzt ja auch äh bald fertiggestellt und kommt dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr dennoch sieht das nicht unbedingt danach aus dass äh zumindest EDR äh in der letzten Serie die ich gerade erwähnt habe Vision hier irgendeine Rolle spielt Vision Quest soll sich tatsächlich um Wondermann drehen aber wir haben davon auch lange lange nichts mehr gehört und viele Leute haben sogar vermutet dass diese Serie nur gepitcht wurde aber nie wirklich stattfinden wird also bisher wissen wir nicht was mit Vision passiert ist und again auch da es sind seit den Ereignissen von Wondermann zu dem aktuellsten Ereignis was ähm The Marvels und Secret Invasion ist diverse Jahre vergangen fünf fünf Jahre ne vier drei drei viele Jahre also auch die bestimmt die ganze Timeline ist ja auch durcheinander gekommen durch diesen durch den Sprung in Endgame diese fünf Jahre so äh man konnte so grob sagen so das Jahr in dem ein Film rausgekommen ist das war auch das Jahr in dem der Film gespielt hat er ist ja denn es wurde irgendwas Spezielles gesagt so wie in Captain Marvel so hey Videobuster muss 90er sein Captain America ist zweiter Weltkrieg ähm oder irgendwo anders so einzelne Szenen die gezeigt wurden mittlerweile ist es so es spielt irgendwann du kannst es gab die Möglichkeit dass ein Ende der Grob gesagt wurde ja drei Wochen nach dem Blimp bei WandaVision gefällten den Winter Soldier paar Monate danach ähm aber in vielen war es halt einfach so wirst du reingeworfen du konntest dir grob irgendwie zusammendichten dadurch dass halt äh in Hawkeye kann man kann man ungefähr datieren weil ähm das Avengers Musical dort gepitcht wurde beziehungsweise das die haben sich sogar das angeschaut ähm Spider-Man No Way Home konnte man einordnen weil das direkt nach Far From Home gespielt hat Far From Home war ja auch einen Sommer nach Endgame aber man merkt so bei vielen Sachen war es dann so da ist in der Vergangenheit was passiert und wir leben jetzt und wann ist dieses jetzt keine Ahnung steht nirgendwo blöd obwohl man hätte vielleicht auf Zeitungs äh äh Zeitungsartikel oder so achten können ob da vielleicht irgendwo ein Datum steht hm diese Storyline führt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nirgendwo hin und zu guter Letzt haben wir dann eine äh Situation die wir in Doctor Strange 2 gesehen haben und zwar in der Post Credit Szene denn nachdem Doctor Strange gerade gelernt hat wie gefährlich es ist Löcher ins Multiversum zu reißen und in andere Universen zu treten trifft er eine Person die ein Loch ins Universum reißt und er äh ihn bittet einfach nur spontan ohne dass sie sich jemals gesehen haben in ein anderes Universum zu treten und er sagt doch klar mach ich wortlos tritt er mit Clear durch diese Brücke zur Dark Dimension kleiner Fun Fact dazu die meisten Facts die ich weiß weiß ich durch ihn also durch den Herren da weil sie ihn ähm beschuldigt eine Inkursion erzeugt zu haben die anscheinend irgendwas damit zu tun hat sie treten dahin durch und lassen hoffentlich nicht einfach ein Portal zur Dark Dimension mitten auf dem Bürgersteig in New York offen aber was ähm diese Dimension gerade Lovecrafts war das ist ja die Dark Dimension das ist ja äh die Dark Dimension haben wir das erste Mal in Doctor Strange 1 gesehen äh das ist die die Dimension der Dormammu ähm geherrscht hat und oh Clear also die äh die Frau ist in den Comics irgendwann auch die Ehefrau von Doctor Strange ähm ich die hat irgendeine Verbindung familiäre zu Dormammu ich kann mir gut vorstellen dass da irgendwo sich da das ein oder andere Element rausgegraben wurde würde mich nicht wundern ähm familiäre Verbindung zu Dormammu ich ob das sogar irgendwie ihr Vater ist weiß ich grad oder irgendwo anders ihr Vater ist ähm ich weiß aber dass die Nacht Dormammu die Herrscherin über die Dark Dimension ist und es gab auch die Theorie dass die Dark Dimension eigentlich auch aus irgendeiner Incursion also ne ne einer einer Universumsvernichtung ähm entstanden sein könnte auf die ein oder andere Weise aber es ist halt ja also sonderlich gesund wärs nicht wenn das Tor offen bleibt ähm ja äh es ist halt jetzt auch so cool es gibt kein Doctor Strange scheinbar jetzt in dem Universum so ab dem Zeitpunkt was daraus passiert wissen wir nicht auch da sind die Ereignisse wieder irgendwo zwischen den verschiedenen Dingen die wir in den letzten Jahren gesehen haben angesiedelt und auch da wissen wir nicht was die direkte Folge daraus sein wird klar es wird Doctor Strange 3 sein und wir haben schon hier und da gehört dass der sogar ein bisschen vorgezogen werden soll dass der früher als alle anderen Filme kommen soll vielleicht ist das sogar nach Deadpool hmm ich will unbedingt die Farbe aus dem All schauen mit Niklas Cash der steht auch noch auf meiner auf meiner Liste ähm das finde ich interessant weil ich glaube sogar dass ja ähm ich glaube sogar dass Doctor Strange einer der Charaktere ist die halt noch ähm am beliebtesten ähm ähm sind so von dem aktuellen Ensemble an vielen Helden die es mittlerweile gibt der nächste Film den wir sehen aber der Punkt von der ganzen Geschichte ist es hat irgendwie nicht so richtig einen Zusammenhang mit dem Rest des MCUs und so wirklich was hier raus wird was das Auge ihm jetzt für Kräfte gibt oder nicht und warum das haben wir nicht gesehen mal abgesehen davon dass wir ja sogar zwei Postquedazines mehr oder weniger haben äh eine Hälfte in der das Auge plötzlich auftaucht und er ganz tolle Schmerzen hat und eine in der das Auge dann einfach halt da ist und er das aufmacht weil er scheinbar zwischen dem ersten auftauchen und dem dann am Ende gelernt hat wie er damit umgeht vielleicht ist er dadurch stärker in Comics ist es so dass wenn er das öffnet ist er stärker aber es wird nicht erklärt wir wissen es nicht wir wissen nicht welche Rolle Clear spielt und äh wie das dann weitergeht wir können uns natürlich in den Comics ein bisschen an den äh sachen orientieren und vermutlich sehen wir irgendwas mit Dormamo und es gibt ja Gerüchte dass potenziell Max Mikkelsen wieder mitspielt aber jetzt eben nur die äußere Hülle ist und innen ist es nicht Cassilius sondern Dormamo das wäre interessant und irgendwie ein äh ein Schicksal das äh Cassilius auf jeden Fall verdient hat aber gut ähm der Bösewicht aus aus Doctor Strange 1 der halt von Mads Mikkelsen gespielt wurde aber auch das keine Ahnung was damit jetzt passiert ein vermeintlich sehr wichtiges Ereignis ja der Beschützer der Erde aber da könnte man theoretischerweise noch weiter in die Vergangenheit gehen zu Doctor Strange 1 und dort der Post Credit Scene wo ähm Mordo der ja ähm das ist ja der äh der Sorcerer der ähm äh der Doctor Strange ins Kamatage gebracht hat der halt losgezogen ist und Leute äh Leuten die magische Fähigkeit äh geraubt hat ähm die es seiner Ansicht nach nicht verdient haben und seitdem ist es halt auch es ist halt auch nie wieder vorgekommen zumindest die Variante im Hauptuniversum sag ich mal ne ähm klar der hat noch die Variante in 838 aber die ist halt außen vor nun Doctor Strange geht weg und wohin? keine Ahnung das waren jetzt nur 5 von noch deutlich mehr offenen Plotlines in dem MCU was haltet ihr davon welche ist für euch die interessanteste Plotline schreibt das gerne mal in die Kommentare ansonsten sehen wir uns dann von den ganzen genannten tatsächlich dadurch dass ich äh so ein so ein eigentlich wirklich ein großer Shang-Chi Fan bin ähm die erste mit mit Shang-Chi eigentlich so würde ich grob sagen wobei vielleicht noch dass ja äh Venom in äh äh es ins MCU geschafft hat in der Post-Credit-Zene von No Way Home ähm ähm wie weit äh soll ich ausholen warte mal ich kann ihn noch mal größer ähm in der Post-Credit-Zene von Venom 2 ist ja äh Venom ins MCU reingerutscht durch den Zauber von Doctor Strange ähm und am Ende man hat ja äh ähm so ein bisschen dann gedacht so hey äh Tom Hardy als Venom ähm tritt auch in No Way Home auf ähm ist dann aber nur in der Post-Credit-Scene von No Way Home aufgetreten wo er dann mit dem Barkeeper gesprochen hat und sich alles über Thanos hat erzählen lassen da war der Blip relevant noch beziehungsweise halt Thanos tat ähm er hat mal gesehen wie er irgendwie halt äh in seinem Universum wieder zurückgefallen ist und so ein kleiner Blob ist noch übrig geblieben davon würde ich auch zu gerne ähm dann mehr sehen und ich würde auch zu gerne mehr von Moon Knight sehen ja zu Moon Knight würde ich äh oh ich liebe Moon Knight einfach Venom ist halt cool ja 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 doch doch ich bin ich bin da auch sehr gespannt auf äh auf ähm Deadpool 3 weil es gibt da Theorien ähm dass es äh dass es mehrere ähm mehrere Varianten von Deadpool geben soll ähm ich weiß in den Comics gibt es zum Beispiel eine Gwenpool dass Gwen Stacy ist Deadpool äh auch in pink gekleidet also nicht rot sondern pink absolut crazy ähm ähm und es gab in den Comics auch ein Event ähm ähm in der Venom äh Deadpool als Wirt nimmt ähm das ist sogar noch bevor er das erste Mal Spider-Man äh äh befällt ähm und Deadpool stößt ihn ja ab äh weil er befürchtet so oder weil er spürt so ey Venom ist so ultramächtig und wenn mein Geist sich mit Venom verbinden sollte keine gute Idee gut das war's zu dem Video ähm jetzt am Ende gab's einen kleinen Exkurs nochmal und äh aber schön ich liebe es ich liebe ich liebe diese Videos weil ich es einfach liebe so rum zu nerden schön fertig und manchmal lernt man auch noch was dazu irgendwelche Fun Facts oder so oder Stories aus den Comics wie gesagt ich hab durch Luke sehr sehr viel an an Fakten gelernt gehabt gut